Unser Meistertipp, das Plus an Sicherheit. Durch starke Beanspruchungen der Räder, wie zum Beispiel beim Befahren einer Bordsteinkante oder bei Schlaglöchern, kann sich der Reifen auf der Felge bewegen. Starke Bremsmanöver führen zu ungleichmäßiger Abnutzung des Reifens. Die Folge ist eine Unwucht der Räder, die als Vibration am Lenkrad und im Fahrzeug spürbar ist. Diese Unwucht führt langfristig zu Schäden an Radlagern, Gelenken, verlängert den Bremsweg und erhöhter Reifenbeschleiß. Schon ab einer Geschwindigkeit von 100 kmh verstärkt sich diese Unwucht ums 250-fache. Mit unserer elektronischen Wuchtmaschine simulieren wir das Abrollverhalten des Reifens und ermitteln so aufs Gramm genau die Unwucht am Rad. Anschließend werden entsprechend der Messergebnisse punktgenau Ausgleichsgewichte angebracht. Wir empfehlen das Auswuchten bei jedem saisonalen Räderwechsel. Buchen Sie jetzt das Plus an Sicherheit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.